Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die Woche 10 Challenges aus diesen 2 zeigen, beziehungsweise die zweite Woche der Midas Challenges. Damit könnt ihr dann auch den Ghost- oder Shadowsteel von Midas freischalten. Eigentlich müssten ja morgen auch noch Deadpool Challenges kommen, allerdings sind zur Zeit tatsächlich keine in den Gamefiles oder so. Also gibt es anscheinend doch keine 10. Woche von den Deadpool Challenges, was ja eigentlich relativ unnormal ist, dass da sonst eigentlich fast alle Challenges mindestens 10 Wochen haben. Ansonsten werden wir wahrscheinlich dann noch in den nächsten Wochen auch Overtime Challenges zeigen. Wenn ihr natürlich solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst. Und dann helft ihr mir natürlich auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn euch dieses Video hilft und euch gefallen hat, auch eine Bewertung hier da lassen, einen Kommentar. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video teilen, würde mich auf jeden Fall auch extrem freuen. Und es würde mich auch natürlich genauso freuen, wenn ihr mir auf meinem Twitch-Kanal folgt. Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute und wahrscheinlich, wenn dieses Video online kommt, das Travis Scott Konzert anschauen. Und da bekommt ihr natürlich auch nochmal ein paar kostenlose Items. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, werde ich auch mal in der Infobox verlinken. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Challenge. Und zwar muss man als erstes mit Schrotflinten, Sturmgewehren oder mit Maschinenpistolen Spiele eliminieren. Ihr müsst nicht genau einen Spieler mit einer Schrotflinte, einen mit einem Sturmgewehr und einen mit einer Maschinenpistole eliminieren. Sondern ihr müsst einfach generell mit einem der drei Waffen Gegner eliminieren. Braucht ihr auch nicht in einem Match machen. Sollte man also relativ leicht auch nebenbei machen können. Da muss man als nächstes Thron durchsuchen. Sollte man auch relativ leicht machen können. Diesmal allerdings in verschiedenen Matches. Das heißt, ihr müsst pro Runde im Prinzip einfach nur eine einzige Kiste durchsuchen und das dann siebenmal wiederholen. Dann muss man als nächstes ein Spieler oder Handlanger mit einer legendären Waffe oder mit einer Bosswaffe, also mit einer mythischen Waffe eliminieren. Die mythischen Waffen gibt es ja bei den ganzen neuen Orten wie The Rig, The Shark, The Agency, The Yard, The Grotto. Und natürlich bei Muskelkater, dort in der Boxfabrik. Oder alternativ immer ganz normal mit einer goldenen Ska, mit dem Kingsman-Schirm oder whatever. Irgendeiner goldenen Waffe. Damit müsst ihr dann insgesamt drei Spieler oder Handlanger eliminieren. Als nächstes müsst ihr ein Teammitglieder mit einer Bandagenbesuche heilen. Das geht natürlich am leichtesten in Gruppenkeile bzw. in Knockout. Denn dort hat man, also Knockout zum Beispiel, hat man ja dieses Tag, womit man dann alle Runden einfach in einem Bandungan hat. Und man kann eben halt relativ häufig die Mitspiele eilen. Genauso eben halt den Gruppenkeile. Dann muss man als nächstes noch innerhalb von zehn Sekunden, nachdem man ein Handlanger eliminiert hat oder beziehungsweise zu Boden geschickt hat, ähm, zehn Sekunden, also innerhalb von zehn Sekunden nach Tanzen. Ist egal, welches Emote ihr da macht. Und Hauptsache ist es, muss glaube ich tatsächlich ein Tanz-Emote sein. Zählt natürlich auch solche Emotes dazu. Aber es reicht, glaube ich, nicht nur so ein Emote, was dann hochwirft. Ähm, weiß ich allerdings nicht ganz genau. Macht aber einfach für Sicherheit irgendein richtiges Tanz-Emote. Dann habt ihr das auch. Als nächstes müssen wir dann noch verschiedene goldene Rohrzangen suchen. Die befinden sich logischerweise natürlich bei verschiedenen Rohren. Und diese Season ist ja so, dass wir auch so eine Rohrmann-Story haben, wo irgendwie am Anfang erstmal da ein Rohrmann war, der immer weitergelaufen ist und so. Hat aber nichts oder tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall haben davon zwei Rohrmänner dann jetzt eine Rohrzange. Der eine befindet sich dort unten, südwestlich von Missy Meadows. Und der nächste befindet sich dann dort zwischen den Häusern westlich von Slurpy Swamp. Ansonsten gibt es noch eine Rohrzange dort nordwestlich von, oder nordwestlich auf dem Leuchtturm besser gesagt. Dann ist noch ein weiterer bei Steamy Stacks und zwar dort auf dem Rohr und dann noch in Dirty Dogs unten bei diesen Rohren. Dort ist nämlich auch so eine kleine Grube im Prinzip, wo ein bisschen Wasser drin ist und dort sind auch ganz viele Rohre drin. Auf einem Rohr befindet sich dann auch wieder eine Rohrzange. Ihr müsst insgesamt tatsächlich alle fünf Rohrzangen sammeln. Das heißt, das reicht nicht nur aus, wenn ihr irgendwie drei von denen sammelt, sondern ihr müsst tatsächlich alle fünf verschiedenen sammeln. Da muss man dann noch als nächstes einen Fisch fangen, während man in einem Chopper setzt, beziehungsweise in einem Chopper fliegt. Dazu müsst ihr nicht in Team-Mode oder so sein. Es reicht auch aus, wenn ihr einfach im Solo seid und dann hier einmal an die Seite geht. Müsst ihr mal schnell genug angeln, könnte etwas schwierig werden. Beziehungsweise muss man ja eigentlich gar nicht schnell genug angeln, weil es so ja immer noch zählt. Und dann müsst ihr einfach nur hoffen, dass draußen ein Fisch kommt. Das müsst ihr dann insgesamt dreimal machen. Dann habt ihr auch die Challenge fertig. Als nächstes müsst ihr Spielern oder Handlangern im Verlauf eines Matches bei der Yacht und bei The Agency Schaden hinzufügen. Das heißt, ihr müsst einfach einmal vielleicht bei Steamy Stacks landen, dort einem mit einer AR, wenn ihr eine AR findet, auf der Yacht Damage hinzufügen und dann von Steamy Stacks zu The Agency runterfliegen. Oder dort dann mit dem Heli zu The Agency runterfliegen und dort dann nochmal einem Henchman, beziehungsweise einem Handlanger Schaden hinzufügen. Geht ansonsten natürlich auch noch bei Spielern. Also ihr müsst nicht unbedingt einen Handlanger Schaden hinzufügen, sondern wie gesagt, geht auch bei Spielern. Dann müsst ihr als nächstes noch im Verlauf eines Matches The Agency besuchen, also relativ offensichtlich hier in der Mitte der Karte. Dann müsst ihr noch den Heumann besuchen, ist gar nicht so weit weg. Der befindet sich nämlich hier nordöstlich von The Agency, zwischen Franzi Farm und The Agency. Und das ist dieser Strohmann hier. Und dann muss man auch als nächstes zu Greasy Graves. Das befindet sich südwestlich von The Agency. Das heißt, man kann auch einfach von dort zu Fuß einmal zu The Agency gehen und dann noch mit dem Fluss weitergehen. Und das befindet sich dann dort hinten hinter Agent Charlies Haus. Also sollte man auch relativ leicht finden können. Dort befindet sich dann ein Tomatenkopf und ein Burgerkopf. Also wie gesagt, dürfte nicht zu übersehen sein. Müsste so ziemlich genau an der Stelle dort hinten sein. Also zwischen Holly Hedges und Weeping Woods ziemlich genau auf der Mitte. Dann muss man als allerletzte Challenge noch handlangen Schaden hinzufügen, während man verkleidet ist. Dafür natürlich am besten eine Pumpgun nehmen, sich vor einen Henchman stellen, während man verkleidet ist. Und dann einfach einen Headshot geben, dann hat man schon die 100 Damage und ist damit fertig. Und dann müsst ihr immer nur noch die Challenge machen, um den Stil freizuschalten. Ich weiß gar nicht, was genau diese Woche ist. Ist ja aber eigentlich immer relativ leicht, das Ganze zu machen. Ich hoffe, es hat dieses Video natürlich gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da und Feedback in den Kommentaren natürlich auch da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Ciao.